So, sieht das doch gut aus. Na los. Buch des Jägers. Aber hier ist kein Mithril bei. Nur Gold. Und Gold brauchen wir nicht. Britzel, Britzel, weg damit. Ach, so ganz erfolgreich war diese Jagd nach Mithril dann doch nicht. Schade. Hier unten haben wir wieder Schwefel. Müssen wir uns weiter nach da graben. Nebenbei können zwei Leute auf jeden Fall schon mal ein bisschen was mit... Ne, das ist falsch. Mit Mithril anfangen. Aber vorher gehen wir mal kurz auf die Tränke. Wir brauchen die Nadeln. Brauchen wir die für alle Tränke? Für dich auch? Ne. Flaschen haben wir noch drei Stück. Wasser gebe ich mit dazu. Augen. Schleim. Rosa Kristall. Rosa Pilze. Und Knochen. Gut. Mehr geht nicht. Au. Aber warum gibt es dann kein Mithril? Ich will Mithril. Wo ist mein Mithril? Das ist ja so schön, dass wir viele andere Ressourcen unter anderem ja auch Eisen finden. Aber ich brauche Mithril. Sind wir nun langsamer am... Boah, wir sind immer noch nicht am Ende. Das geht echt tief. Ich glaube hier ist es sogar ratsam, einen Fahrstuhl einzubauen. Na, geht's? Das Portal ist weg. Na, na, na. Bleibst du hier? Kannst da durchgehen. Wir werden angegriffen. Was machst du denn hier? Bist du selber schuld? Hat dir keiner gesagt, dass du dahin musst? Hat er gerade eine Heil-Elixier bekommen? Na ja. Ich meine, dass ihr das hinbekommt, jetzt mit Mithril-Schwert und so, das ist mir schon klar. Tiefer, tiefer, tiefer. Da. Da. Noch mehr Gold, aber wieder kein Mithril. Ach, Mithril-Waren. Komm, wir stellen noch ein paar her. 14 Mithril ist nicht die Welt. Aber besser als gar nichts. Vor allem können wir dann auch langsamer die Stäbe herstellen. So, und das haben wir auch schon ein bisschen abgeschlossen. Den Zauberkompass, den können wir nicht einsetzen. Wir haben nicht so viel Mana. Vielleicht werden wir Level 11 erreicht haben. Dann reden wir nochmal drüber. So, Gerüste gibt's auch, damit ihr auch hier alles erwischt beim Abbauen. Kommen die anderen jetzt auch nochmal, oder ist jetzt hier Feierabend? Hallo? Achso, ihr seid am Craften. Wir brauchen eigentlich 200 Zwerge auf einmal. Dann einmal die ganze Höhle hier ausrotten. Ein Buch des Holzfällers. Ja, werden wir alles zugegebener Zeit zuteilen. Genügend Gold müssten wir jetzt wieder haben. Gut. Das Portal hält noch. Ach, und ihr braucht auch dringend die Mithril-Pickhacken. Oh, jetzt wird's interessant. Es scheint sogar sehr interessant zu werden. Aber nicht so interessant, dass wir Mithril bekämen. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Vielleicht weiter unten. Grab dich mal da rein. Wo werden wir denn nun schon wieder... Meine Fresse, lass doch mal die Spinne in Ruhe. Mach deine Arbeit. Sind wir denn jetzt da? Schon wieder völlig verwirrt. Oh, die nächste Welle kommt schon. Das ging aber schneller als gedacht. Kristalle gibt's hier schon mal. Ihr müsst nach Hause. F1. Zwerge schlafen lassen. Meinetwegen stellt nachher noch ein Schwert her oder sowas. Den Zauberstab, den machen wir jetzt nicht, weil wir keinen dunklen Kristall haben. Okay, okay, ganz ruhig. Ein Mithril-Schwert. Dann machen wir das erst. So, das werdet ihr mir fertig craften. Und jetzt gehe ich die Zwerge durch, die noch schlafen müssen. Du? Du auf jeden Fall. Das muss jemand anders fertig machen. Und du gehst auch schlafen. Gute Nacht. Gut. Okay. Ja, unser bester Kämpfer, der wird wieder Schwerter schmieden, so gut er kann. Und da kommen sie. Und auch wieder Goblins. Und Flugviecher. Gargoyles. Unsere Verteidigung ist noch nicht die beste. Wo kommst du her? Wo bist du hier reingekommen? Kann ja wohl nicht Warzenschwein hier. Genau, schieß drauf. Ihr bleibt schön in der Wohnung. Äh, sie wurden wieder in Raupen verwandelt. Töten! Sie haben alles hier durchbrochen. Oh, irgendwas ist abgestürzt, aber es war ein Ork. Alles gut. Nein, die schöne Hausmauer, die muss neu gebaut werden. Ziegelsteine. Rauf da. Baue Ziegelmauer. Geh weg da. Wir müssen unser Haus reparieren. Nein, so sieht das doch nicht aus. So. Okay, Haus wieder fertiggestellt. Gut. Alles gut, alles gut. Nur die Ruhe bewahren. Wir sind noch relativ gut dran. Wir haben genügend Mitril. Und genügend anderes Zeug. Wir haben auch genügend Tränke, wenn wir wollen. Müssten lediglich hier bei ihm einkaufen. Gib mir mal ein paar Mana-Tränke, bitte. Da. So. Einmal bitte abholen. Und ausgerechnet, jetzt haben wir einen Levelaufstieg. Hier, hier, Stinkefinger und so. Kriegen drei Tesla-Türme dafür und einen Zwerg und, und, und. Gut, der letzte Zwerg, unser letztes Einhorn, wird jetzt erstmal eine Silberrüstung bekommen. Bekommt zusätzlich Eisenstiefel. Dann einen rostigen Helm. Für drei Rüstungen. Ne, definitiv den Schittin-Helm. Außerdem bekommst du eine normale Eisenachst erstmal. Stahl-Axt haben wir jetzt im Moment nicht für dich. Du bekommst kein Mitrilschwert, nein. Du wirst unser zweiter Schütze mit dem Gewehr. Und du bekommst eine Pickhacke aus Stahl, weil wir keine mehr aus Silber haben. Okay. Gut. Hunter. Ihr seid schon so eine Hunter. Bringt die Tränke weg. Wenn ihr jetzt noch verreckt, ne, dann bringe ich euch um. Okay, okay. So, dann. Die Stahltüren, die können wir auch gebrauchen. Stelle ich mal anstatt dem Ofen dahin. Nehme mal die Tür weg. Die bitte auch. Und stelle mal die Stahltür dahin. Und da auch. So, dann wird das Haus erstmal ein bisschen stärker verbarrikadiert. Dass die hier nicht so schnell reinkommen. Halt, war ja schon richtig. Werden schon wieder angegriffen. Britzel, Britzel. Und wir wollten einen Bogenschützenzwerg haben. Der den schweren Bogen trägt. Das wirst ab heute du sein, Carlo. Viel Spaß mit dem Bogen. So, jetzt will ich euch hier mit dem Bogen sehen. Oh, guck mal. Wir haben zwei Gewehre. Ein Bogen. Ein Blitze, Blitze, Britzel. Geh nach Hause. So, und halt's Maul. Nutzen. Nutzen. Wenn's nicht anders geht, muss man ihnen eben vorgeben, was sie zu tun haben und was nicht. Wir haben genug Mana. Und mit genug Mana können wir uns jetzt endlich auch mal woanders hinbegeben. Ach Gott, die Zwerge sind hungrig. Hier habt ihr ne Suppe. So, dann gibt's zusätzlich noch Brötchen. Und demnächst müssen wir mal wieder ein bisschen was anpflanzen. Das machen wir dann auch. Okay. Aber jetzt erstmal zurück zum eigentlichen Ziel. Mitriel. Ihr geht mal bitte hier hin. Und grabt euch hier durch. Ich hab jetzt hier keine Skrupe mehr. Was macht ihr denn? Ihr sollt doch gar nicht die Viecher da abfarmen. Nein, der macht hier alles kaputt. Kristalle kann man immer gebrauchen. Ups, das da nicht. Wo geht's hier hin? Oh, zu Mitriel. Ja, das find ich gut. Und weiter. Zu Gold. Ja, ist auch schön. Wir werden angegriffen. Ihr musstet euch ja wieder mit ihm anlegen. Und da unten scheint was Wichtiges zu sein. Na gut, dann haut das doch mal auf. Ja, ja. Hör auf zu meckern. So, das muss alles noch mit. Die ganze Seite könnt ihr auch einmal wegreißen. Ich hoffe, ihr kommt auch. Die wollen alle die Pflanzen kaputt machen. Lasst doch mal die Pflanzen in Ruhe. Die tun euch doch nichts. Na gut, so richtig behaupten kann man das auch nicht. Und bei mir ist der Rüttler schon wieder aktiv. Die sind hier schon wieder am Bauen, Machen, Tun. Das gefällt mir nicht. Und wieder hat er aufgehört. Ich hoffe, ihm ist jetzt irgendwas geplatzt. Damit er nicht weitermachen kann. Buch des Jägers. Wir graben uns erst einmal nach links durch. Ich möchte natürlich wissen, was hier hinter der Wand ist. Das wäre ja zu interessant zu erfahren. Ach du Scheiße. Nein. Die Viecher wieder. Man wird sie auch nicht los. Wisst ihr was? Wir werden sie bekämpfen. Mit allen Mitteln. Nehmen wir das dann auch mit. Wir graben uns später hier unten nochmal durch. Ist ja im Moment nur einer. Das geht ja. Das geht ja. Der braucht zu lange zum Graben. Mach da Hälfte mal mit. Und. Komm schon. Ey, wir graben jetzt hier zu zweit. Dann grab ihm da unten die Füße weg. Genau. Sehr schön. Genau. Auf ihn. Okay. Das da als nächstes kaputt machen. Und hier scheint es einiges zu geben, dass wir ausräuchern können. Diese ganzen Zombiegräber. Diese ganzen ekligen Viecher. Ja. Gut. Schön verwandelt. Das kann man sich ja gar nicht lange mit anhören hier. Fall fertig. Ja. Und. Na komm. Geschafft. Also. Geht auch. Ja. Ja. Ach. Schön. Wieder was erreicht im Leben. Und dennoch. Ich leuchte jetzt mal die Höhle aus. Um zu sehen, was wir sonst noch so haben. Nichts. Da geht es noch nach oben. Da haben wir noch Mitriel. Nehmen wir mit. Ja, ja, ja. Nehmen wir mit. Untertitelung des ZDF, 2020